Seelenlos geht es auf Schätzejagd, denn ich hätte ja noch Schlüssel auszugeben. Ich bin jetzt unsicher, ist das der schnellste Weg? Ich habe keine Ahnung mehr, wo das Ding war. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Ich versuche es zumindest mal. Wir hätten ja noch Steine und ich bin jetzt völlig unsicher, wo die genau ausgewürzt werden können. War hier drin einer? Hier komme ich doch an die Rückseite eines Gegners, genau. Naja, fast. Wenn er mich nicht gehört hätte. Nö, das war schlecht. Das war so schlecht. Das war ganz schlecht. Ach, herrje. Das wird lustig heute. Das könnte was werden heute. Wir haben einen neuen Helm. Wo ist er denn? Helm eines Königschwertkämpfers. Seine Form bietet Schutz und ermöglicht zugleich hervorragende Beweglichkeit. Dieses, dieser schmucklose Helm ist nur für den Kampf bestimmt. König Vendrik rüstete seine tapfesten Männer für den... Okay, das kennen wir. Ähm, naja. So viel besser ist jetzt das auch nicht. Ähm, da-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum. Schade. Ja gut, dann machen wir es dazu. Äh, sag mal, wohin hab ich geschlagen? Ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Hier war doch eine Sackgasse, oder? Jawohl, war's. Ja, das ist eine Sackgasse. Ist gar nicht da, wo ich dachte, dass es wäre. Die ganzen Mühen umsonst. Gehen wir wieder zurück. Und ich glaube, in dem Fall, es geht nach links, logischerweise. Muss es ja. So. Jawohl. Jetzt ist allerdings, ähm, Moment mal. Absolute Orientierungslosigkeit. Aber sowas von absolut orientierungslos. Mist. Ich hatte gehofft, ich wüsste den Weg. Und man achtet sich mal, dass hier alles leer ist. So viel Meile bin ich hier schon durch. So, roll hier runter. Ach, okay. Ihr seid doch da. Die letzten Überbleibsten. Auch nicht mehr lange. Und der nimmt keinen Fallschaden. So. Geht's in dem Fall hier weiter. War das denn? Dann ist das der Weg. Hier ist ausnahmsweise nicht der Weg, das Ziel. Hier drinnen war es doch nicht, oder? Das waren nur die beiden Gegner. Genau. Hier ist es, glaube ich, eher richtig. Hey. Die stehen perfekt und ich treffe keinen nur beiden. Teilweise. Frage ich mich dann schon wieder. Wie ich's geschafft habe, Dark Souls 1 zu spielen. Wenn ich mich hier so schlecht verhalte. Da hinten ist einer. Ja. So. Ähm. Das müssten alle gewesen sein. Von hier komme ich. Dann gehe ich hier oben weiter. Ich glaube, jetzt bin ich hier richtig. Oder? Genau. Jetzt gehen wir kurz mal hierher. Ach. Heute nicht mein Tag. Gar nicht. Keine Explosionsschaden, bitte. So. Doch, das ist der richtige Weg. Komm. Schlag dort zu. Nein. Schweinebacke. Oh, oh, oh. Steh neben dem. Pulverfass. Das war nicht hier drin, sondern... Genau. Nachher da nach oben. Beziehungsweise hier unten weitergehen. Einfach nur noch kurz wegen ihm hierher. Hey. Da wird man sprachlos. Hier drin war es doch. Genau. Ich hätte einen einfacheren Weg haben können. Das ist mir in der Zwischenzeit auch wieder klar. Da hat mich überrascht, dass er überlebt hat. Der hätte doch eigentlich tot sein müssen. So, jetzt aber. Hier gibt es zwei Geheimnisse. Ich hoffe, ich muss mich nicht entscheiden. Ich nehme jetzt mal... Oh, oh. ... ... Seelengefäß, Seelengefäß, was sieht neu aus? Der Prismastein hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, aber da dürft ihr nicht so viel Neues haben. Ein leicht warmer Stein, er vertrümmt eine liebliche, warmende Aura aus sieben Farben und eine äußerst zeltene achte Farbe. Besondere Fähigkeiten hat der Prismastein nicht, doch solltet ihr euch einmal verehren, kann er euch als Wegweiser dienen. Und das, ist das das Seelengefäß? Genau. Alles klar. Hatten wir es doch schon mal. Ähm. Ach, da bin ich! Okay, das ist einfach ein anderer Zugang. Na, das ist ja schlau. Ähm. Kurz überlegen. Dann komme ich doch hier eigentlich am schnellsten zurück, oder? Jetzt geht es hier nach oben, dann muss ich runterspringen, hier runter und dann müsste ich doch eigentlich genau wieder am Leuchtweier sein. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir reisen jetzt noch... Ähm. Wie geht... Wie bin ich da schon wieder lang gekommen? Ich glaube, es war hier. Oder? Ich bin gerade komplett geistig verwehrt. Also was ich jetzt möchte, ist zur Zwergenburg. Doch, das war hier. Genau. Dann war es hier runter. Denn jetzt sollte der Ping stimmen. Zumindest die Ausrede habe ich nicht mehr. Wo ist der Hund? Dann geht es hier rüber. Mondturm öffnen. Durch. Ich könnte ja eigentlich mal selber den Ring anziehen. Mal gucken, ob ich gerufen werde. Dann wechseln wir dich aus. Und der Mondturm ist... Mal gucken, ob ich gerufen werde. Wobei ich nicht gerade großartig im PvP bin im Moment. Und wenn ich doch eigentlich... Mal kurz gucken. Nee. Schade. Die kleinsten Hindernisse sind tödlich hier. Okay, dann können wir. Wobei langsam bezweifle ich... Oh! Du machst ja richtig... Wow! Aber bist du jetzt eigentlich ein Spieler, oder? Du bist doch kein Spieler. Ja, okay. Neo Fire. Ach, ich liebe es, gegen zwei gleichzeitig zu kämpfen. Ja, jetzt habe ich keine Chance mehr. Gegen zwei gleichzeitig. Danke, liebe Spiel. Ja. Das kann ich eh vergessen. Ach, das... Aber ist das jetzt eigentlich... Also, der verwirrt mich echter Rechte. Ist das jetzt ein NPC? Ist das ein... Spieler? Hm. Sehr verwirrend. Der Grabe-Grabiel habe ich doch schon jetzt paar Mal gehabt. Ja, ihr seht's. Ich bin nicht wirklich besser geworden. Trotzdem ping jetzt. Allerdings... Bin ich auch einfach vielleicht... Geistig verwirrt. Ich verstehe den Grabe-Grabiel im Moment wirklich noch nicht. Dann versuchen sie jetzt nochmal. Hä? Hallo? Schlag bald die Türe ein, wenn's so weitergeht. Jetzt werde ich gerufen. Okay. Das wird in der PvP-Episode. Ob sie gut wird, wage ich zu bezweifeln. Ich bin bei Christian gelandet. Ich hoffe, der nimmt mir das nicht böse. Mal gucken, wo er steht. Ich könnte natürlich Selbstmord machen. Dann würde er Seelen verdienen. Christian? Du bist hier. Christian, lass dich begrüßen. Willst du dich nicht begrüßen? Ich würde dich eigentlich gerne zuerst begrüßen. Ja, okay. Du willst dich begrüßen. Dann halt nicht. Ach, dann... Weißt du was? Dann machen wir's halt anders. Dann lass dich von den blauen Zwergen auseinandernehmen. Hä? Was ist das für ein Angriff gewesen? Von vorne? Ich heil mich jetzt nicht. Äh, Christian? Das war jetzt dämlich. Hä? Hä, aber... Okay. Liegt vermutlich... Titanitbrocken liegt vermutlich daran, dass... Was, ich bin jetzt noch hier? Wollte gerade sagen. Also jetzt... Der Bund hier verwirrt mich noch extrem. Das ist lustig, natürlich... Hier kann man richtig gut Farben jetzt theoretisch sehen, weil ich bleib ja hier. Und gleichzeitig... Mache ich ja eine Invasion auf die anderen. Ähm... Was mich jetzt allerdings... Diese graue Gabriel... Verwirrt ist... Wenn ich auf der graue Gabriel im PC war, dann hab ich's vermutlich wieder verpasst. Ich muss mal achten, ob's davor schon... Grauen Gabriel gab. Und lustig ist eigentlich, dass ich den Turm verteidige. Grauen Geistes von Lilien. Nee, das ist doch... Eben doch. Hallo? Willst du mich verarschen? So nicht, Wädel. Na? Was machen wir jetzt? Magie. Na klar. Darf ich daran erinnern, dass du mich angegriffen hast? Nur so... Nebenbei. Und weg damit. Was bekomme ich als Belohnung? Ein paar Seelen. Hat sie überrascht. Hm. Versteh ich auch. So, jetzt lasst mich hier durch. Hey, das gibt's ja nicht. Schon der Nächste. Hier ist echt Dauer-PVP angesagt. Ja, das ist ja klar. Äh, Claire... Wenn du fair wärst, würdest du jetzt zuerst noch warten. Du bist nicht... Du bist nicht fair. Na klar. Hä? Also gut. Ich bring mich um. Ich bring mich um. Das hat mich jetzt selber erstaunt. Weg mit dir! Schweinerhund! Du kanntest den... Schilddurchbruch noch nicht. Hat dich vermutlich selber erstaunt. Hey, wie viele Geister muss ich jetzt hier besiegen? Das war jetzt Geist Nummer... Drei, glaub ich. Hier oben war doch noch ein Zwerg unterwegs. Hä? Okay. Also es wär toll, ich könnte mal dieses Gebiet einfach nur erkunden. Man würde nicht... in... Dauerverteidigung sein. Und irgendwann gehen wir mal die Tränke aus. Und eigentlich will ich doch hier nur spielen. So. Schauen wir mal, was hier passiert. Dark Souls 1. Ich hab die Glocke geklingelt. Das kann selten ein gutes Zeichen sein. Hä? Okay. Ich hab einen Mechanismus in Gang gesetzt, aber ich weiß auch nicht so recht, was. Vielleicht hab ich durch das Klingen jetzt Ruhe von den grauen Schatten. Das wär natürlich ne Möglichkeit. Skeptiker-Gewürz. Schimmer der Nebenstein und Dämmungskraut. Ähm, wo geht's hier weiter? Ach, vielleicht ist jetzt unten offen. Mit dem Mechanismus. Da ist das Tor offen. Würde ich sagen... Wir haben ja genug davon. Schauen wir mal, was dahinter ist. Was Gargoyles! Tatsächlich willkommen in Teil 1. Ähm, ich seh vom Schattenspiel her, das ist doch mehr als einer. Aber den Lebensbalken teilen sie sich nicht mehr. Okay. Das könnte spannend werden. Das heißt... Öh! Wie seid ihr? Schnell was kleines Essen. Okay. Sag jetzt nicht, da kommt noch mehr! Okay. Na, es hat sich nichts angehört. Doch, da kommt noch mehr! Da kommt drei? Das ist ein Scherz. Also komm, den ersten muss ich mal... Falsche Waffe. Autsch! Ja, okay. Das ist... Ähm... Spannend. Schnell was kleines... Nein! Wieso hast du wieder umgeschaltet? Das wollte ich. Hier ist keine Zeit für Tränke. Ich werde hier sterben. War aber schön, da gewesen zu sein. Die Überraschung ist euch gelungen. Komm! Nein! Nein! Schlicht vorbereitet. Schlicht vorbereitet. Aber drei Stück, das ist nicht ohne. Das war Tunk Nummer 41. 41, jawohl. Boah! Okay. Och. Gehen wir trotzdem schon mal runter. Ich komm gar nicht auf die Treppe. Spannend. Gargoyles. Okay, ich bin bei Bob. Und ich bin nicht alleine. Sieh. Ich warte einfach mal, bis die fertig gekämpft habe. Äh. Was macht ihr, Jungs? Capri Demon, ich würde sagen, du wurdest besiegt. Schön. Finde ich gut. Wie bist du da reingekommen? Ich würde sagen, ich habe diese Stelle vergessen. Oder? Ja. Wollen wir uns zuerst begrüßen? Ich hätte nichts dagegen. Du willst dich begrüßen. Alles klar. Willst du nicht, oder? Ja. Ja. Warum, warum versuche ich es denn überhaupt noch mitbegrüßen? Das ist ja eine neue Dark Souls-Generation und die kennt das Begrüßen vermutlich gar nicht mehr. Naja. Was habe ich verloren? Nichts Spiel. Ich vermute gar nichts. Schade. Naja, macht auch nichts. Nicht weiter schlimm. Ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. Aber so eine PvP-Episode ist gar nicht ohne. Also wenn ich das richtig sehe... Moment mal. Natürlich jetzt nicht. Muss ich ja zuerst... Ja. Das war es jetzt mit den Seen. Ja, natürlich unfair bis zum Geht nicht mehr. War ja... War ja klar. Ach, das Spiel ist... Also hier ist es dann wirklich unfair. Komm. Jetzt kommt auch der Zweite zu. Eigentlich wäre es toll. Der andere würde der Explosionsschaden nehmen. Das wäre toll. So. Ach, ich war ja noch gar nicht hier drin. Und noch getötet. Ja, du musst nicht stolz auf dich sein, Junge. Du hast gar nichts. Du bist... Ähm... Weder bist du fair, noch hast du eine besondere Leistung gebracht. Im Gegenteil. Ich würde mich an deiner Stelle eher schämen. Schade. Es ist... PvP macht im aktuellen Spiel so im Moment gerade keinen Spaß. Zumindest mir nicht. Ähm... Es wird weder verbeugt, noch wird gewartet. Noch scheint es überhaupt irgendein Grundinteresse daran zu geben, ein faires PvP zu treiben. Was einem also wirklich bedauerlich ist. Aber ich nehme jetzt mal stark an, das wird die zweite Generation der PvP-Spieler hier anders sehen. Und die ungeschriebene Dark Souls-Gesetze vermutlich gar nicht beachten oder nicht kennen wollen. Oder wie auch immer. Nehme ich jetzt einfach mal an. Schade ist es trotzdem. Blauen Trennstein-Ring. Ach, wir nehmen es jetzt trotzdem mal. Wir lesen mal kurz. Wo ist er denn? Hier. Dieser Ring ist mit einem Trennstein besetzt. Er reagiert, wenn der Träger in Gefahr gerät und erhöht vorübergehend dessen körperliche Abwehr. Keita, die Göttin der Tränen, beweint jene, die Geliebte verloren haben und PvP treiben müssen. Vermutlich. Nehme ich an. So. Wollen wir mal gucken, ob es jetzt wieder fair ist. Ähm. Ich muss jetzt allerdings was essen. Äh. Ich kann gar nicht. Okay. Dann komme ich hier mit halbem Leben an. Nein! Ja, okay. Hm. Schade. Titanic-Broken. So einfach kommt man da ran. Also dieses Gebiet wird vermutlich das Hassgebiet vieler sein. Ähm. Was haben wir denn jetzt? So. Erstaunlich ist ganz nebenbei. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Man kommt mit halben... Also man hätte eigentlich wieder volles Leben. So. Jetzt wollen wir aber endlich diesen Ring fertig lesen. Das war der hier, glaube ich. Genau. Keita, die Göttin der Tränen, beweint jene, die Geliebte verloren haben, mit reinen blauen Tränen. Es heißt, der Stein in diesem Ring sei eine solche Träne. Okay. Skeptiker-Gewürz. Hier unten könnte man sich gut verstecken. Und von den Zwergen flüchten. Und wenn ich jetzt das richtig mitbekomme, können wir uns ja nicht heilen. Also... Das würde ja theoretisch bedeuten... Moment mal. Die Zwerge sind doch... Die Zwerge hier sind tot. Das heißt, er ist hier oben. Ich erlebe die Zwerge noch. Dann versteckt er sich. Ja, und jetzt kommt der Zweite. Also... Komm. Nee, ich misch mich nicht ein. Ich misch mich nicht ein. Er macht das super. Muss ich sagen. Ich würde sagen, das ist ein Tod. Schön gemacht. Du darfst auch was trinken. Und ich würde sagen, das ist ein alter PvP-Fischspieler. Da könnte ich Probleme bekommen. Da könnte ich richtig Probleme bekommen. Ui, 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 ui. Was ist denn das für ein Zauber? Ja. Okay. Das dachte ich mir. Was war denn das für ein Zauber? Ich kenne die Zauber natürlich noch nicht. Dementsprechend... Keine Erfahrung habe ich mit dem Zeugs. Der kam überraschend. Ich hatte eigentlich einen Feuerball erwartet. Aber das scheint was ganz anderes zu sein. Immerhin, ich bin wieder zurück in meiner Welt. Mal gucken, wie lange es geht, bis ich jetzt eigentlich mal angegriffen werde.